Was ist die richtige Balance zwischen Sicherheitsbedürfnissen des Staates und Datenschutzbedürfnissen des Einzelnen? Letztlich brauchen wir wie immer beides und dann muss man die Innenbeziehung zueinander setzen. Und sehr oft kann man das nicht auf der abstrakten Ebene sagen, sondern man muss im konkreten Fall sagen, wo genau kommt der Zeiger hin. Da ist zuerst der Gesetzgeber gefragt, aber in der Auslegung und Anwendung eben dann auch die Gerichte. Nicht nur das Bundesverfassungsgericht, sondern alle Gerichte, vom Amtsgericht bis hin zu den europäischen Gerichten. Und Sie haben ja auch das Urteil, das europäische Urteil angesprochen. Geht das für Sie in die richtige Richtung? Sollte da noch mehr kommen oder sind wir da jetzt schon am Ende angekommen? Nun ja, das sind ja erst einmal Auslegungsentscheidungen für eine Richtlinie aus den 1990er Jahren. In Verbindung allerdings mit einem ganz wichtigen Dokument der Grundrechtecharta der Europäischen Union. In dem vieles, was wir aus unserem Grundgesetz kennen, europäisch übersetzt worden ist. Ja auch unter maßgeblicher deutscher Beteiligung dort hineingekommen ist. Jetzt ist es aber auch Aufgabe der Gesetzgebung, auch der europäischen Gesetzgebung, hier erst einmal als Vertreter der Bürgerinnen und Bürger das anzuwenden und neu zu übersetzen für unsere Zeit. Und da ist diese Woche mit der Datenschutzgrundverordnung sicherlich ein großer Fortschritt erzielt worden. Aber das reicht doch nicht aus. Und was müsste jetzt als nächstes, was wäre der nächste Schritt Ihrer Ansicht? Ja, der nächste Schritt ist der schwierigste. Das, was da aufgeschrieben ist, in die Realität umzusetzen. Und hier sind erst einmal Verwaltungsbehörden gefragt. Hier sind aber auch die Bürgerinnen und Bürger gefragt. Und wenn Sie sich überlegen, wer das Urteil dieses Jahres, den Fall Schrems, erzeugt hat, dann ist das der Bürger Schrems, der gesagt hat, ich kann nicht dulden, dass Facebook mit meinen Daten macht, was es will. Dafür habe ich Facebook meine Daten nicht gegeben zu diesem Zeitpunkt. Und er ist als Akteur tätig geworden, denn die Gerichte können nur etwas tun, wenn die Bürgerinnen und Bürger sich selbst ihre Rechte berühmen und diese Rechte gelten. Und die Gerichte haben dann die Aufgabe, die Rechte der Bürger zu schützen, aber auf der anderen Seite auch das Recht aller Bürger und die Sicherheitsbedürfnisse, ohne die es ja auch keine Freiheit gibt, das dann in die Tat umzusetzen. Aber das Grundrechtsverständnis, und das hat es vielleicht mit Liberalen gemeinsam, fängt beim einzelnen Bürger an und dessen Rechte. Und dessen Interesse natürlich auch, frei zu sein und gleichzeitig diese Rechte in Sicherheit ausüben zu können. So dass man nicht zu extremen Sicherheit und Freiheit gegenüber setzen kann, man muss sie in einer praktischen Anwendung beide zur Geltung bringen.